Pro und Time-Waste. Gut, oder? Natürlich. Ich hab mir gedacht, ich bin Level 64, ich bin Profi in Sideways. Weil beim Juro abhängen kann ich. Besser von Animationsspeed und Reichweite. Boah, ich weiß, einmal hab ich bei Gas diesen komischen Dingsstein hier gedroppt, ne? Diesen Schnelligkeits-Schwarzstein. Sagt das schnell. Diesen gereinigten Schwarzstein. Huch, ich hab mich gefühlt, ey, wie so ein Muser mit der D-King. Gott, war ich schnell damals. Ich hab den aus Versehen aktiviert, aber naja. Passiert. Das war so krank einfach, wie schnell ich da war. Ich kam kaum hinterher, ey. Aber ich find die gar nicht so langsam, die Dicke, muss ich sagen. Ach, die ist schon cute hier, die Sok, ey. Die hat sich entschuldigt, dass sie meine Zeit gewastet hat vor einem Duell. Weil sie jetzt erst wieder seit kurzem Song spielt. Voll süß, ey. Die ist fein, aber ein Mobile halt einfach nur schneller. Okay. Ja, krass. Ich weiß nicht, also mir gefällt der nicht die Geschwindigkeit von der D-King. Hallo, Heidi. Komm, sag ich das auch. Da sagt man aber, du hättest so was Schlechtes, ne? Ja, krass. Ja, krass. Ja, krass. Ja, krass. Ja, krass. Ja, krass. Hm, diese Lutz-Cross ist ja so ein bisschen... Naja. Die erste hat mir besser gefallen, die wir geschmissen haben. Bestimmt wieder einer von den kostenlosen gewesen. Was ist komisch, ne? Die Care und Laan hängen irgendwie immer zusammen, hab ich schon öfter jetzt festgestellt. Ja, 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 ja. Hallo, Dennis. Das geht ab. Ja, 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 ja. Oha, der A-Nap, ey, oha, 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 DZ. Ich find halt, wenn man so DK-Mane spielt, ist halt, also für mich jetzt persönlich, ne, ist die Laan halt super entspannt, gerade in der Awakening, brauchst du gar nicht groß nachdenken, irgendwie. Das hat beide super chillige Klassen, eh. Wobei, ich find ja, mit der Laan macht, uh, macht Laan noch, ähm, macht PVP noch viel mehr Bock als mit der DK, weil die einfach ein bisschen tankiger ist. Unbeweglich, ja, find ich. Ja, ja, wobei ich sagen muss, dadurch, dass ich als DK halt das Grabben nicht gewohnt bin, grabbe ich, ähm, ja, so gut wie nie mit der Laan. Kreditleute zwar trotzdem platt, aber, ja, ich denk gar nicht so oft daran, weil es halt einfach gar nicht in diesen, wie denkt man das dann, Automatismus-Sachen. Die Kurs, Ripper, dank dich für den Following. Hello. So kämpfen wir mit einer DK, ich spazier. Ich glaub, ich bin auch die einzige, die die Rotasurum grindet, ne? Und der andere grindet die irgendwie komplett andersrum. Stört mich aber nicht, weil die Drops sprechen ja für sie. Das wird ja sogar gemunkelt, dass das da ran liegt. Ah, sonst die Interaktion mit dem DK vorwärts, ne? Ja, da gibt's so einige Fails, die ich auch schon hatte mit nem Grab, ey. Auch wenn die Mystique dich grabbt und du bist in der Zeit am rausdächeln, rechts oder links, sieht auch total witzig aus. Weil du hängst eigentlich noch dran, aber eigentlich auch nicht mehr und bist aber irgendwie protected. ganz, ganz crazy manchmal. Wobei ich letztens hatte ich echt meine Probleme, ne? Wann war das? Vorgestern oder so? Da hatte ich ja fast ausschließlich irgendwie Duelle oder Kämpfe mit Lahn und, äh, also gegen Lahn und, äh, Guardian. Da hab ich aber echt keine Sonne gesehen an dem Tag, ne? War nicht so mein Day. Wollte die Guardian einmal ausguten für Matsch. Das war so krank einfach. Companals. Ja, das war so krank. 2,65. Okay. Guardian, ja. Ich würde gerade sagen, Guardian ist so übelböse. Guardian ist so übelböse. Guardian ist schon heftig. Jaja, an dem Tag habe ich auch echt die Schnauze voll gehabt. Ich würde auch noch... Ich würde gerade sagen, Hold on. Kruxy, wärst du denn dabei, wenn ich her BF gehe? Ja, mir egal. Du kommst doch dann an, oder? Hey, der hat die beste Stelle weggelassen. So eine Schweinerei. Da muss ich mal drauf achten. Warum tanze ich mit der Lan völlig übergierter bei Vorgans? Das ist eher das Wohn-Hit. Aber Lan spricht meistens am Wochenende und geht an Asha. Okay. Bruder, Gina, kommst du damit? Oder bist du mit Kochen beschäftigt? Wahrscheinlich kochen Gina und Benny nebeneinander an den Kochtheken, eh. So, wie ich die kenne. Können Sie nachkommen? Ja, sonst geh ich halt mit der Lahn voran oder so. Hab den Prozent für heute noch nicht voll gemacht. Geht dir nicht mehr viel, nur Komme 04 oder so ein Chip. Dum, 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 dum. Ich hab schon wieder meinen Namen gehört. Ich hab gerade Gina gefragt, ob sie dann auch RBF kommt oder ob sie ingame noch kocht. Und dann hab ich gesagt, ja, wahrscheinlich hat Benny und Gina nebeneinander Kochstellen aufgestellt. So, wie ich die beiden kenne. Das hab ich gesagt. Was soll das denn leisten? Naja, dass sie nebeneinander kocht? Was soll das denn sonst heißen? Ich hab nicht gesagt, was ihr auf den Theken macht. Nur, dass sie nebeneinander kocht. Das kannst du dir dann selber ausmachen. Wenn, dann koche ich nicht, Gina. Ach so. Oh Mann, Mann, der kochen kann. Schön wär's. Das, wenn er kochen könnte, würde ich ihm wahrscheinlich eh nichts machen lassen, weil ich so dieser Selbstmacher bin. Ich hab nicht gesagt, Ich hab mal geguckt, du hast jetzt wenigstens die Woche frei, ja, ne? Musst doch freigestellt worden sein. Wusstest du das schon, Benni? Ja, mein Bot ist der einzige, der Werbung macht. Ja. Gerne nicht über die Server und spell meinen Namen, ey. Oder so ein Shit. Mit Twitch-Namen. Ich guck gleich ein Timeout. Ich glaub, man kann die Bots nicht Timeouten, oder? Könntest du ein Nightbot Timeouten? Nee, oder? Hat mich auch echt gewundert. Ja. 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 Boah, ich hab dezenten Hunger langsam eh, vor meinem Kreise drehen hier. Ich hätte vielleicht doch vorher was essen wollen. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal.